Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es mal ein sehr sehr kurzes Video und zwar wollen wir heute einmal darüber sprechen, welche Units am besten mit bestimmten Spatulas synergieren. Gerade weil jetzt auch noch die neue Galaxy rausgekommen ist, Manatee's Delight, wo ja jeder einen Spatula dafür bekommt, denke ich ist es ganz gut zu wissen, wem man am besten dann bestimmte Spatulas gibt, wenn man sie bekommt. Und auch grundsätzlich in einem normalen Game ist es eigentlich nicht schlecht zu wissen, wenn ihr mal zufällig irgendeinen bestimmten Spatula bekommt, was ihr damit anfangen könnt. Und dementsprechend lasst uns gleich starten. So, hier seht ihr auch alle Units. Zugegeben ist das wahrscheinlich etwas verwirrend auf den ersten Blick. Das habe ich selber auch mitgekriegt. Ich dachte mir aber, wenn ich das jetzt so lasse, dann kann ich euch das vielleicht einfach unten in die Videobeschreibung packen. Dann könnt ihr euch das nochmal nebenbei aufmachen oder so, weil ihr das möchtet oder euch einfach nochmal separat angucken wollt, ohne mich halt im Hintergrund quatschen zu haben. Dementsprechend mache ich das einfach mal so. Fangen wir auch einfach gleich mal an mit den Infiltrader-Spatulas. Grundsätzlich ist der beste Träger dafür Irelia. Also wenn ihr jetzt Cybernetics spielt und einen Infiltrader-Spatula bekommt, dann auf jeden Fall auf Irelia packen. Bei Cybernetics würde ich sogar fast dafür gehen, dass ihr unbedingt versucht, einen Infiltrader-Spatula zu sammeln. Denn Irelia ist eine Unit, die sehr, sehr viel Schaden hat, aber das Problem, dass sie nicht so gut in die Backline reinkommt. Und mit diesem Item springt sie halt hinten rein und kann da schon mal die Backline gut rausnehmen. Ein anderer Träger, der noch relativ gut ist für den Infiltrader-Spatula, ist Gangplank. Beziehungsweise, wenn man Mech spielt, kann man auch erstmal Six nehmen, weil dann hat man so eine 2-in-1-Kombo. Dann hast du einen Six, der dir Demolitionist bringt und er bringt dir dann auch noch zusätzlich Infiltrader. Das heißt, du brauchst dann quasi eine Unit weniger, wo du dann zum Beispiel schon eine andere Unit reinpacken kannst. Im Late-Game gibst du dann einfach den Spatula zu einem Gangplank und der springt dann halt hinten rein, was dafür sorgt, dass er relativ gut erstmal Mana sammeln kann und was ebenfalls dafür sorgt, dass er dann sehr wahrscheinlich seine Ulti rausbekommt. Was wiederum praktisch dabei ist, dass er seine Ulti immer da castet, wo er steht. Das bedeutet, wenn er dann halt hinten drin steht, dann trifft er in der Regel auch meist die ganze Backline. Das ist halt ziemlich praktisch, das kann man auf jeden Fall machen. Hier sieht man auch gleich noch den Rebel-Spatula, machen wir damit gleich weiter. Das Ding ist, wenn ihr Rebel spielt, dann spielt ihr in der Regel natürlich immer Gangplank. Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt gar keinen GA bekommen, warum auch immer, manchmal hat man halt einfach Pech und kriegt es nicht, aber ihr habt einen Rebel-Spatula, dann könnt ihr das auch einfach dem Gangplank geben und durch das Shield ist er meistens in der Lage, seine Ulti rauszubekommen. Bei Fist und Echo sehen wir auf jeden Fall auch noch den Rebel-Spatula. Aber das liegt daran, dass wenn ihr Rebel spielt, dann spielt ihr in der Regel auch Zed. Und dann könnt ihr irgendeinen anderen Rebel durch Fist oder Echo ersetzen, wodurch ihr dann auch noch den Infiltrator-Spatula habt. Und Fist und Echo sind einfach grundsätzlich gute Units, denn Fist und Echo bringen einerseits sehr viel Damage mit und andererseits noch beide eine gewisse Form von Utility. Fist halt mit seinem Stun und Echo mit seinem Hack-Speed-Slow, was beides sehr, sehr gut sein kann. Zudem sind sie natürlich auch nochmal definitiv besser als zum Beispiel einfach ein Yasuo oder so. Ihr seht auch hier gleich die Darkstar-Spatulas auf den beiden. Das liegt daran, dass wenn ihr Darkstar spielt, spielt ihr in der Regel Shaco. Und die beiden synergieren natürlich auch sehr gut jeweils mit Shaco. Das heißt, wenn ihr Shaco spielt und einen Darkstar-Spatula bekommt, könnt ihr einen von den beiden halt auch noch reinpacken, um halt mehr Damage zu haben, mehr Utility. Hier geht das gleiche wie eigentlich beim Rebel-Spatula auch. Wenn wir uns den Protector-Spatula angucken, dann haben wir auf jeden Fall als allererstes Aureon Soul im Sinn. Aureon castet sehr, sehr häufig, was natürlich eine sehr, sehr gute Synergie ist mit dem Protector-Spatula. Das heißt, im Nade-Game würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, Aureon Soul dem Spatula zu geben. Und wenn ihr auch noch einen Warmox kriegt, packt es auch noch auf ihn. Dann ist er eigentlich in der Lage, ziemlich gut das Board der Gegner alleine zu machen. Syndra ist ein guter Träger im Early-Game. Gerade wenn ihr ihr noch einen Blue-Buff gebt, dann castet sie halt sehr, sehr häufig, macht damit auch relativ viel Schaden. Und durch den Protector-Spatula kann sie dann halt auch noch relativ lange gegenhalten, gegen Flächenschaden zum Beispiel, wenn ihr gegen Blaster spielt. Und selbst wenn sie manchmal gehuckt wird, schafft sie es mit diesem Spatula halt relativ lange zu überleben und auch noch die Gegner gut fertig zu machen. Wenn wir uns den Star-Guardian-Spatula angucken, dann ist eigentlich der beste Träger hier auf jeden Fall Viktor. Gerade wenn man Star-Guardian spielt, dann kann man halt einen Star-Guardian rausnehmen, den man grundsätzlich nicht braucht und kann dafür den Viktor reinpacken. Denn wenn man Star-Guardian spielt, spielt man natürlich auch Sorcerer. Und das ist natürlich für Viktor sehr praktisch. Und er hat einen relativ kleinen Mana-Pool, was dazu führt, dass wenn ihr ihn spielt, dass er nicht nur vom Star-Guardian profitiert, indem er selbst öfter ultet, sondern dadurch, dass er halt sehr oft ultet, ultet natürlich auch seine Mitspieler öfter. Zwei Units, die jetzt nicht unbedingt allen in den Sinn kommen, wenn man jetzt an Star-Guardian denkt, sind natürlich Jhin und Jinx. Denn die beiden haben natürlich keinen Mana und profitieren somit halt gar nicht von dem eigentlichen Buff der Star-Guardians. Allerdings ist es so, dass Jenna ja allen verbündeten Star-Guardians True-Damage-Auto-Tags gibt. Das bedeutet, wenn ihr Jhin und Jinx spielt, einem von den beiden einen Star-Guardian-Spatula gebt und Jenna reinpackt, dass diese dann True-Damage machen. Was natürlich sehr, sehr praktisch ist, denn ein Jhin, der zum Beispiel gegen Vengards kämpft und keinen Last Whisper hat und selbst wenn er einen Last Whisper hat, hat er manchmal noch Probleme gegen die und wenn er dann natürlich True-Damage macht, dann ist es halt sehr, sehr easy zu tönen. Außerdem braucht man dann keinen Last Whisper, sondern kann sowas wie Deathblade Infinity Edge oder Deathblade Hurricanes oder so gehen und er macht dann sehr, 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 sehr viel True-Damage, was halt wirklich, wirklich gut ist. Wenn wir uns den Blade-Master-Spatula angucken, dann kommt auf jeden Fall zuerst Zed in den Sinn, denn Zed ist eigentlich der beste Träger dafür. Gerade in der Blade-Master kommt, da spielt man ja eigentlich um den Blade-Master-Zed rum. Das bedeutet, man gibt ihm den Blade-Master-Spatula und er ist dann in der Lage, in der Backline ziemlich gute Units alleine zu clearn. Ebenfalls gute Träger sind noch Jinx und Vayne. Das sind aber nur Units, wo ich sagen würde, wenn ihr jetzt einen Über habt, einen Blade-Master-Spatula, dann kann man das auf die beiden raufpacken. Denn die beiden haben noch Items, die deutlich besser sind als der Blade-Master-Spatula. Zum Beispiel Vayne braucht auf jeden Fall Infinity-Edge und Last Whisper und als drittes Item kann man sagen, ja, der Blade-Master-Spatula ist auch gerade in Cybernetic ganz gut, denn ihr habt ja schon zwei Blade-Master drinne. Gleiches gilt für Jinx, in der Rebel-Comp habt ihr ja schon zwei Blade-Master drinne. Das bedeutet, der Blade-Master-Spatula ist immerhin ein okayes Item auf ihr. Also man kann es machen, ist aber nicht unbedingt jetzt, um was zu forsten. Also ihr solltet jetzt nicht dafür gehen, ja, ihr spielt Rebel und braucht jetzt unbedingt einen Blade-Master-Spatula. Der letzte wirklich nützliche Spatula ist auf jeden Fall Battle-Cast. Hier ist es natürlich so, dass Battle-Cast eigentlich ein Trait ist, der sehr viel Damage machen kann. Das heißt, man könnte es in einer Unit geben, die sehr viele Schadensinstanzen hat, um dann zu sagen, ja, mach noch mehr Schaden. Das Ding ist aber, dass im Battle-Cast ihr eigentlich genug Schaden habt. Das heißt, ihr braucht nicht mehr Damage, sondern ihr braucht mehr Tankiness. Na ist also eine ganz gute Unit, weil mit der Ilaue habt ihr dann Brawler und ihr könnt quasi entweder einen Battle-Cast rausnehmen, wenn ihr halt schon sechs habt. Das heißt, ihr könnt Nocturne oder so rausnehmen, wenn ihr ihn auf Level 2 habt und habt dann quasi noch mehr Frontline, was halt immer gut ist. Allerdings könnt ihr ihn halt auch früher reinpacken, um auf sechs Battle-Cast zu kommen und habt dann immer noch mehr Frontline, was halt einfach gut ist, denn ihr habt halt eigentlich nur Ilaue und Graves und deswegen ist eine Na nie schlecht. Der Celestia-Spatula ist eigentlich der schlechteste Spatula. Den benutzt man eigentlich nur ganz selten, es ist auch nichts, wofür ich direkt gehen würde. Manchmal, wenn man halt drei Celestias hat und den bekommt, dann ist es nicht schlecht, weil dann hat man halt vier. Ja, aber mehr macht ihr halt eigentlich auch nicht. Zudem ist es auch so, dass der Celestia-Spatula dem Träger nicht wirklich was bringt, außer halt 25 Magic Resistance, ansonsten bringt der Spatula ja bloß dem Team etwas. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, den Spatula einfach für irgendwelche Frontline-Nurons raufzupacken, denn die können mit der Magic Resistance immerhin etwas anfangen. Das letzte Spatula-Item ist natürlich Force of Nature und Force of Nature ist natürlich nie schlecht. Das synergiert grundsätzlich mit jeder Comp, denn jede Comp mag es, mehr Units zu haben. Dementsprechend, Force of Nature einfach bauen, wenn ihr es bekommt, ist immer gut. Und ja, das war es auch von meiner Seite aus. Ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen, ihr konntet damit was anfangen. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer, das zu lesen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, haut rein und bis zum nächsten Mal.